Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 461. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Patricia. Hallo. Die Frau Alex. Gude. Und der Duke, also known as Dennis. Ja, servus, hallo. Ich soll es ja dazu sagen, wurde mir. Servus, ich habe letzte Woche erst gelernt, wer der Duke ist. Genau. Kannten uns doch schon, Mensch, was ist denn da los? Ach, du bist's, Mann. Muss bedenken. Seit Jahren frage ich mich, wo dieser Dennis eigentlich steckt. Wer hat sich da reingeschwurbelt, genau. Ja, ja. Ja, liegt vielleicht einfach daran, dass wir uns so lange schon nicht mehr gesehen haben, aber das kann man ja vielleicht irgendwann wieder nachholen. So, wir wollen heute reden über die Eintracht und vor allen Dingen über dieses letzte Spiel und dann ein bisschen Bilanz ziehen über die Hinrunde. Aber zuallererst natürlich hier ein bisschen Housekeeping. Und wir möchten erneut Danke sagen für die viele Unterstützung, weil letzte Woche oder vorletzte Woche, letzte und die vorletzte Woche, so rum, gab es ja die ganzen Hinweise oder die ganzen Bilder, wie oft ihr uns bei Spotify gehört habt und wie lange. Und diese Woche haben wir ganz viele Fotos geschickt bekommen von Leuten, die wunderbare iTunes-Rezensionen hinterlassen haben, was uns natürlich auch hilft, dass andere Leute uns finden. Von daher vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung eben in Form von Werbung für uns machen, weitererzählen, Empfehlungen, finanzielle Unterstützung, Kommentare schreiben, die ihr in diesem Jahr dagelassen habt. Das ist einfach großartig und freut uns von Jahr zu Jahr und wir möchten deswegen Danke sagen an euch. Und bedanken müssen wir uns auch bei der Mannschaft, die am Wochenende gegen Mainz gespielt hat und erneut drei Punkte geholt hat. Wir haben uns vorher vor dieser englischen Woche vier Punkte gewünscht, haben am Ende neun Punkte bekommen. Alex, war das auf deiner Weihnachtswunschliste ganz oben? Auf jeden Fall, aber wir sind solche pessimistischen Larrys, Mann. Vier Punkte und da kommen wir mit neun daher. Ja. Ja, war schon geil. Wobei man auch sagen muss, dass das souveränste Spiel von allen war halt ganz klar Leverkusen. Gladbach und Mainz hätte beides auch gut in die andere Richtung kippen können. Also da, ich will jetzt nicht die ganze Zeit von Glück reden, weil irgendwann ist, wenn man die ganze Zeit Glück hat, dann ist da vielleicht doch auch ein bisschen, bisschen was dran. Aber Mainz hat schon auch gut mitgespielt und hätte vor allen Dingen auch gerade zum Schluss hin, danke Kevin, nochmal ein Tor machen können. Da muss ich aber einhaken, Alex, weil da finde ich eigentlich waren wir einfach zu dumm, unsere Chancen zu machen. Das Ding hätte einfach viel früher entschieden sein müssen. Mainz, dass die am Ende nochmal so, naja, sich aufbäumen und auch ihre Chancen haben, das ist ärgerlich. Aber so wie wir das Spiel gesehen, finde ich gar nicht, dass wir Glück hatten, sondern eher, dass wir wieder viel zu blöd waren, unsere Chancen zu eiskalt reinzulegen. Dann natürlich auch Pech haben in der Szene von Rustic war es, glaube ich, mit dem Ball aus 30 Metern oder was da. Also wirklich, wirklich Sachen, wo eigentlich das Spiel in meinen Augen schon hätte früher entschieden sein müssen für uns. Deshalb eher ein bisschen Unvermögen, vielleicht auch ein bisschen Pech dabei. Aber dass wir jetzt glücklich gegen Mainz gewonnen haben, da bin ich eher nicht so bei dir. Aber war das denn wirklich glücklich? Ich meine, Alex, du hast gerade eben gesagt, das Spiel gegen Leverkusen war aus deiner Sicht das souveränste. Patricia, Dennis, wie seht ihr das denn? Was war für euch denn das souveränste Spiel? Von den drei jetzt? Ja, also da gehe ich schon mit. Klar, Leverkusen war auf jeden Fall, weil es halt auch aus einer Situation herauskam, du hast auch mal fünf Tore gemacht. Das haben wir ja auch lange nicht gesehen. Nein, es ist tatsächlich in meinen Augen auch diese Moral, nach dieser schwierigen Anfangsphase dann noch so zurückzukommen und den Gegner dann so zu bespielen. Und es ist immer noch Leverkusen. Deshalb auch gleich noch eine Frage, wo ihr überhaupt diese vier Punkte, wie die sich für euch aufgeteilt haben, also wo gewonnen und wo nur unentschieden. Aber ich muss sagen, Leverkusen war für mich gar nicht einzuschätzen, ob wir da was holen, gerade weil die auch auf Platz drei, glaube ich, standen vor dem Spiel. Nein, haben wir definitiv, war das für mich auch das souveränste Spiel. Ja, weil wir halt auch einfach unsere Chancen gemacht haben gut. Also das ist schon, sehe ich schon so. Patricia, wie siehst du das denn? Ja, sehe ich ähnlich. Also Leverkusen hat ja, wir haben ja auch selbst dann im Nachhinein gesagt, die Eintracht hat sie letztendlich überrollt. Von daher, wenn schon der Gegner zugibt, dass die siegreiche Mannschaft einfach viel zu dominant war letztendlich, trotz eines Rückstands am Anfang, finde ich das schon sehr souverän. Ja, Mainz, um nochmal darauf zurückzukommen, fand ich jetzt wahrscheinlich auch nicht das souveränste Spiel. Ich habe auch hinten raus so ein bisschen gezittert, weil ich irgendwie dachte, ach nee, ich will jetzt schon die drei Punkte. Und ich hatte schon irgendwie Angst, dass Mainz noch den Ausgleich schafft, der mir dann schon nochmal gedrückt. Aber wie Dennis auch richtig sagt, man hätte da auch schon früher den Deckel drauf machen können. Und Mainz war jetzt selbst auch nicht so stark, wie man sie zuletzt in der Saison auch manchmal gesehen hat. Also das war jetzt auch nicht deren bester Auftritt. Aber alles in allem, glaube ich, auch wenn man bedenkt, da waren englische Wochen, was das überhaupt für ein Kraftaufwand war bei der Eintracht zuletzt, was das für Ergebnisse waren. Da bin ich vollkommen zufrieden, auch mit der Leistung. Man hat sich ja, wie auch gesagt, Chancen erarbeitet, die zwar nicht mehr so gut genutzt, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Aber das ist alles in allem, glaube ich, in Ordnung. Und letztendlich hast du auch von Mainz nicht so viel zugelassen, außer hinten raus. Da war es dann nochmal ein bisschen brenzlig, finde ich. Aber alles in allem hat man das ganz gut wegmoderiert, das Spiel. Und ich glaube, mehr braucht man da auch nicht. Das waren drei Punkte, ein 1 zu 0 hätte ich vorher auf jeden Fall unterschrieben und bin ich auch komplett zufrieden mit, weil man ja auch weiterhin gesehen hat. Also ich fand, es gab da auch schon einige Szenen im Spiel, die mir fußballerisch einfach sehr, sehr gut gefallen haben. Und das ist mir aktuell auch das Wichtigste, dass diese Entwicklung weitergeht. Und wenn man dabei noch gut punkten kann, ist es natürlich perfekt. Jetzt haben wir uns ja alle um das Gladbach-Spiel gedrückt. René, war das denn dein Favorit? Nee, also es war auf jeden Fall das Spiel in der Woche, wo ich am meisten gezittert habe, so im Verlauf. Gerade auch die letzten Minuten, wo wir ja in Unterzahl waren, hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Waren auf jeden Fall die strengendsten. Also ich habe nach dem Spiel mehrere graue Haare entdeckt. Bin mir ziemlich sicher, dass die von diesem Spiel kommen, einzig und allein von diesem Spiel wohlgemerkt. Ich war so ein bisschen am Überlegen, ich fand jetzt das Spiel gegen Mainz tatsächlich sehr souverän, weil ja, 5 zu 2 gegen Leverkusen sticht halt da so ein bisschen raus. Aber man muss halt auch sagen, dass Leverkusen wenig gemacht hat an dem Tag, also die waren auch schnell platt. Und ich glaube, das ist dann auch immer mal so ein, wir haben das letzte Woche genannt, Freak-Spiel, was da irgendwie reinrutschen kann. Aber gegen Mainz, das ist dann so ein bisschen diese Bewährungsprobe für mich gewesen in der Woche. Und ich fand, die haben wir einfach sehr souverän gemacht. Ja, hinten raus waren wir so ein bisschen ungeschickt, aber ich hatte da wenig das Gefühl, dass da großartig was daneben gehen kann. Von daher wäre das von den dreien für mich tatsächlich das souveränste gewesen. Ja, da kann ich noch nicht so entspannt auf der Couch sitzen. Also vielleicht liegt es auch an dem Spielstand von 1 zu 0. Ich habe immer Angst, dass gleich noch was passiert, dass wir es herschenken. Zumal ich ja auch, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich nicht damit rechne, dass wir gegen Mainz drei Punkte holen. Nee. Weil wir das zu Hause gegen Mainz schon lange nicht mehr gemacht haben und Mainz eh immer so ein Wundertüten-Ding ist. Also egal, wie gut es läuft, dann kommt die und auf einmal verlierst du das. Ja, ich war schon froh, wie abgefiffen war. Also ruhig hier gesessen habe ich auch nicht. Ich habe auch immer mal wieder geschimpft, aber das mache ich sowieso bei jedem Spiel. Von daher ist das jetzt keine Seltenheit. Aber ansonsten. Na gut, ich meine klar, bei Leverkusen, wenn es da mal 4 zu 2 steht, da lehne ich mich dann schon mal entspannt zurück und sage, ja, hier passiert heute nichts mehr. Ja, aber ich verstehe das beim 1-0. Also vor allem, so oft spielt man jetzt auch nicht zu 0, muss man jetzt mal dazu sagen. Plus, Mainz ist ja auch so eine Konter-Mannschaft und ein Konter ist halt schnell gefangen. Also da steht einmal einer nicht richtig und dann ist da so eine Fehlerkette und dann liegt der Ball hinten drin. Also das kann schon schnell passieren, selbst wenn irgendwie die andere Mannschaft eigentlich ganz gut im Griff ist, also gehalten wird. Ich kann das verstehen, dass man da bei einem 1-0-Spielstand nicht entspannter auf der Couch sitzt. Klar, es gibt diese Spiele, wo man sagt, okay, man hat das jetzt schon sehr, sehr gut im Griff und da ist man ruhiger. Aber gegen Mainz, also vor allem hinten raus, so während des Spiels ging es noch, aber so die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten waren es vielleicht, lass es 15 sein, ich habe kein Zeitgefühl. Also da habe ich schon so ein bisschen, ja, gehadert mit dem Spiel. Ja gut, aber es ist ja alles gut gegangen. Mal ganz ehrlich, als Eintracht-Fan, wenn du da nicht irgendwie 5 Minuten vor Schluss 3-0 in Führung oder mit 3 Toren Vorsprung in Führung liegst, bist du doch sowieso eigentlich nicht ruhig. Da ist was dran. Also was für ein Spiel willst du denn da entspannt gucken? Ja, und man muss ja vor allen Dingen auch nochmal sehen, wir haben mit einer Kette hinten gespielt, die so auch noch nicht zusammengespielt hat. Wollte ich gerade sagen, wir hatten ja auch, ja, der Punkt ist natürlich. Also Hinteregger auf rechts ist sowieso auch nicht so Favorite, musste aber rein für Tutor. Hinteregger ist halt einfach mittlerweile eine Bank geworden. Also es ist krass, was der für eine Ausstrahlung und Ruhe mit auf den Platz bringt, ist schon beeindruckend. War dann der alte Hase wieder mit rein. Du hattest Rode im Mittelfeld anstatt Jakic. Also nichts gegen Rode, aber Jakic hat auch irgendwie so ein bisschen Kampfschwein-Deluxe. Ja, also und du weißt ja bei Rode auch nicht, wie lange er dann auch spielen konnte. Er wollte gerade sagen, Jakic vor allen Dingen auch ganz. Also Rode, da hast du halt auch jedes Mal Angst, dass beim nächsten Foul irgendwie irgendwas passiert, was das Karriereende bedeutet. Weil der sich halt auch nicht zurückhält. Also er weiß ja, dass er es mit dem Knie hat und so, aber trotzdem in jeden Zweikampf halt mit vollem Elan rein. Also das ist auch so die Form eines Vollblutfußballers, wie sich es wahrscheinlich manch einer irgendwie wünscht. Das war ja auch schön jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich es gelebt habe, von Klaasner mit Rode, dass er in der Halbzeit schon ausgewechselt werden wollte und danach 55 Minuten ja dann auch Klaasner eingesehen hat. Ja, okay, jetzt sind die Körner wirklich aufgebraucht. Das zeigt aber, wie er genau sagt, das sind die Spieler, die du hier brauchst, voller Einsatz. Jetzt hat er ja auch ein paar Tage frei. Also finde ich super, dass das so klappt hat. Das ist ja auch unter der Woche gegen Gladbach war es doch, wo er eingewechselt worden ist. Ja. Schon gesehen, wo Klaasner ja auch im Nachhinein gesagt hat, so ey, wir waren uns nicht mal sicher, ob er irgendwie eine Halbzeit irgendwie schafft und dann rennt er da 70 Minuten übers Feld. Also du merkst halt schon einfach, der hat halt noch Bock und solange es noch geht, will der mit allem, mit Haut und Haaren sich für diese Mannschaft einsetzen und da spielen und irgendwann wird es an den Punkt kommen, wo es halt nicht mehr geht. Aber solange der, glaube ich, noch so ein bisschen das spürt, zieht er das durch. Ja. Also einfach auch immens wichtig. Eine Sache hatte ich noch, ihr hattet ja eure Angst, gegen Mainz ein Tor zu fangen. Ist ja auch gar nicht so unberechtigt gewesen. Ich weiß noch, dass die vor dem Spiel, glaube ich, 4-0 gegen die Hertha gewonnen hatten. Dann nochmal 2-0 oder 3-0 gegen Wolfsburg. Müsste auch gewesen sein. 0-0 gegen Bayern, aber da auch ein Tor ja gemacht hatten. Die waren doch, glaube ich, da in Führung. Also da merkst du, es ist nicht unbegründet, wenn du hier mit so einem zusammengewürfelten Haufen dann teilweise notgedrungen hier auftrittst, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass du kein Tor fängst. Und dementsprechend ist die Leistung umso höher zu bewerten, dass du hier im Endeffekt erstens zu Null spielst und zweitens dann auch noch als Sieger vom Platz gehst. Ist natürlich genial. Aber deshalb, also Alex, auch da nochmal nicht falsch verstehen, sondern ich verstehe schon, dass du sagst, ui, du hast Magenschmerzen. Ich muss aber eher sagen, es war halt auch viel für uns unglückliche Situationen, auch teilweise ein bisschen Unvermögen dabei, nicht früher den Sack schon zuzumachen. Ich hätte halt gerne schon nach 70 Minuten 2-3-0 geführt und dann hätte ich auch, wie du schön sagst, mich auf die Couch gelegt und entspannt Fußball geguckt. Das hätte mir auch besser gefallen. So hat es gepasst. Irgendwie war es dann der Ausgleich. Diese Anzeige Expected Goals finde ich ja manchmal etwas irritierend, wenn die da eingeblendet wurde. Aber ich glaube, das ging dann auch 2,3 zu 0,7 oder sowas aus. Also auch doch deutlich, deutlich zu unseren Gunsten. Na, also es muss man schon sagen, wir haben schon eigentlich da verdient gewonnen am Ende. Es ist trotzdem was. Und das zeigt es aber auch, dass wir Ausfälle und harte Ausfälle, denn Tutor ist mittlerweile ein absoluter Stammspieler. Jarkic ist einfach ein absoluter Stammspieler, dass wir das so kompensieren können und dann trotzdem nicht komplett auseinanderfallen gegen eine aufstrebende Mainzer Mannschaft. Also ich bin wirklich sehr zufrieden und freue mich, dass wir das so in die Winterpause jetzt mal retten konnten. Ja, und mal wieder Lindström und Boré an Toren beteiligt. Diesmal hat Lindström getroffen und Boré hat vorbereitet. Ist das unser neues Top-Offensiv-Duo, Alex? Naja, eigentlich ist es ja mittlerweile fast ein Quartett, bestehend aus Kostic, der an allen möglichen Toren irgendwie beteiligt ist, Kamada, Lindström und Boré. Und die vier finden irgendwie immer besser zusammen, lernen sich auf dem Platz auch immer besser kennen, kennen ihre Laufwege, weiß, wo der andere hingeht. Ähm, Lindström wird auch ein bisschen kräftiger, kann auch mal ein bisschen dagegenhalten. Also gefällt mir mega gut. Nichtsdestotrotz wäre es halt schon geil, noch einen Stürmer zu haben. Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz dazu. Aber, also die machen aus dieser Situation, dass uns eigentlich ein Stürmer fehlt, momentan echt das Allerbeste. Nur sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Also die schießen ja jetzt alle irgendwie Tore, wofür brauchen wir denn noch einen Stürmer? Das ist eine riskante Nummer. Also kann man machen, kann aber leicht Kacke werden. Auf keinen Fall machen, auf keinen Fall. Da gehen die Meinungen an mancher Stelle noch ein bisschen auseinander, können wir ja gleich nochmal im vielleicht Detail drüber sprechen. Ansonsten, Chandler war auf rechts unterwegs für der Costa, wo wir ja letzte Woche schon gesagt haben, der braucht so ein bisschen ein Päuschen. Unsere Schätzung war Durm, aber am Ende muss man sagen, hat Chandler das jetzt auch nicht komplett schlecht gemacht. Habe ich aber tatsächlich auch nicht verstanden, ne? Also braucht ein Päuschen, der hat zwei Spiele gemacht. Ja, eher so ein mentales Päuschen für die Fans. Ne, ich hätte ihn gerne nochmal gesehen. Also er hat gegen Leverkusen... Ein letztes Mal noch, bevor er geht? Meinst du, im Winter ist er weg? Meinst du, das war nur so nochmal ins Schaufenster gestellt? Ja, kann sein. Also ich fand, gegen Leverkusen fand ich ihn mega, gegen Gladbach nicht mehr mega, aber auch nicht mega schlecht. Deswegen werde ich ihn jetzt erstmal weiter behalten, weil ich fand jetzt zum Beispiel Dacosta gegen Mainz, äh Quatsch, Chandler gegen Mainz, war jetzt auch schon wieder so, also diese rechte Seite... Ist generell ein Thema. Das wird nichts mehr. Ja, da sind wir wieder am gleichen Punkt wie jede Woche eigentlich. Aber ist es, weil die linke Seite so krass ist und wir so berühmt sind, oder ist die rechte Seite einfach faktisch schlecht? Ja, sowohl als auch, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube einfach, die rechte Seite ist noch so, der fehlt es noch so ein bisschen an Überarbeitung. Die linke, da hat man so das Upgrade gefunden und das funktioniert seit Jahren und die rechte Seite ist immer noch auf dem Stand von, ja, von vor ein paar Jahren und das ist, glaube ich, der aktuellen Mannschaft nicht mehr gerecht. Also ich glaube, die Mannschaft hat sich an sich so weiterentwickelt und diese Position aber irgendwie nicht, beziehungsweise diese Position ist hinten runtergefallen oder man hat sich gedacht, naja, man hat da ja Personal oder man hat irgendwie gehofft, dass Dacosta vielleicht wieder in so eine Pokalsiegersaison Leistungsstärke rankommt und das ist dann vielleicht nicht passiert und jetzt ist man halt an dem Punkt, an dem man ist oder man hat ein Touré geholt und hat sich davon vielleicht mehr versprochen. vielleicht auch von Durm, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist, ja, wurde das dann immer so zögerlich behandelt. Also man hat ja gesagt, ja, man braucht rechts, man braucht rechts, aber so wirklich was gefunden, was so richtig gut zu dem Niveau der aktuellen Mannschaft passt, wurde da ja irgendwie jetzt noch nicht, deswegen, ja, ich glaube, dass es die Mannschaft hat sich einfach weiterentwickelt, aber diese Position eben nicht so und das ist aktuell das Problem. Auch das Problem 3er-4er-Kette oder ich sag mal, 3er-5er-Kette. Genau, also es ist ja momentan 3er-5er, auf der anderen Seite wollte ja Klaas Ness da mal auch wie jeder Trainer, glaube ich, der bei uns anfängt, mal mit der 4er-Kette durchbeißen. Nein, das ist, das kann sein, dass sich die Situation auch nochmal ein bisschen entschärft, wenn tatsächlich Lenz wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt wieder verletzt ist und uns da weiterhelfen kann, dass wir einfach hinten auch jemanden noch gut besetzt haben und da vielleicht ein bisschen mit einer 4er-Kette auch spielen können. So in der Konstellation, ich glaube, da ist auch viel Wahres dran, dass wir einfach sehr verwöhnt sind, dass die linke Seite so super funktioniert, wenn alle fit sind, Kostic seine Leistung bringt und so weiter. Erkannt selbst, jeder Gegner weiß mittlerweile, dass diese Seite total stark ist und kann es trotzdem ähnlich wie damals ein Robben schwierig verteidigen. Das ist schon verrückt und beachtlich. Auf der anderen Seite verkümmert dadurch manchmal auch diese rechte Seite oder wirkt vielleicht dann auch etwas unterbesetzt und vielleicht sind wir auch zu streng. Ich finde es aber schon so, ihr habt schon völlig recht, das ist einfach, da ist ein Ungleichgewicht drin, was du eigentlich so nicht haben darfst, weil es dem Gegner eigentlich viel zu einfach gemacht wird, das zu verteidigen. Warum es manchmal immer noch nicht funktioniert und wir trotzdem so oft noch durchkommen, das ist für mich tatsächlich selbst ein Mysterium. Auf der anderen Seite, solange das funktioniert und Kostic seine und wir alle Stürmer da vorne, wenn wir sie dann auch endlich mal holen und alle anderen auch noch treffen, dann kann wir auch so zufrieden sein und ziehen wir auch meinetwegen nochmal so eine Runde durch. Nach dem Sommer sollte dann aber wirklich diese rechte Seite mal ein bisschen ausgedünnt werden, denn vier oder sogar fünf Rechtsverteidiger zu haben und davon eigentlich jede Woche mit Magenschmerzen, ach wer spielt denn da und keiner sticht so wirklich raus. Alle oder teilweise kosten ja auch einen Haufen Geld. Ich erinnere mich noch dran, Durm ist sicherlich ein Topverdiener, weil er ja auch ablösefrei kam. Also da kannst du mal von außen, da Costa nach der Vertragsverlängerung damals, Chandler ist glaube ich noch jemand, der passt halt auch, der ist ja auch da mit Junior Adler und was weiß ich alles noch aktiv, also er passt irgendwie so in das Eintrachtgefüge noch sehr gut rein, wird wahrscheinlich auch nicht so exorbitant viel kosten, aber bei den anderen Spielern musst du einfach auch schauen, wer bindet denn da unglaublich viel Gehalt auch und leistungsmäßig ist da definitiv noch Luft nach oben, bin ich voll bei euch. Wobei Durm bei mir tatsächlich nicht auf der Transferliste steht, weil der eigentlich ja auf die linke Seite gehört. Ja, okay. Wenn du wieder mal zu dem Thema zurückkommst, dass wir eigentlich Viererkette spielen wollen, dann hattest du da Lenz und Durm. Deswegen wäre er für mich nicht auf der Abgabeliste, aber ja gut, Chandler kommt da glaube ich nicht drauf, weil Frankfurt, aber sowohl Touré als auch da Costa. Hat Chandler nicht auch letztens erst den Vertrag verlängert? Ich meine, der hätte noch einen relativ langen Vertrag auch. Puh, gute Frage, kann sein, ja. Also verlängert hat er, aber ich glaube nicht lange, ich glaube nur zwei Jahre, oder? Vertrag bis 25. Ja, dann doch länger. Der hat noch vier Jahre Vertrag. Ja. Letzte Verlängerung am 6.05.21 für vier weitere Jahre. Machst du nicht, wenn du den jetzt abgeben willst. Ja, aber bleiben immer noch zwei Kandidaten, wenn du noch einen für die rechte Seite holst und dann hast du vier Außenverteidiger mit Durm. So, da kostet das Vertrag, läuft nächstes Jahr im Sommer aus. Wenn du mit dem noch Geld machen willst, dann musst du das jetzt im Winter tun. Ja. Und Touré hat noch bis 23 Vertrag. Da hast du noch ein bisschen Luft. Ja. So ist das. So ist das, ja. Ich denke auch, es ist mein Spiel, sind wir ja eigentlich soweit dann durch gewesen, oder? Also ich glaube tatsächlich, dass wir einfach aus dem Spiel rausnehmen können, die Eintracht kann auch gegen Mainz gewinnen. Das ist eine wichtige Aussage. Das zeigt. Und Wahnsinn, aus drei Spielen neun Punkte mitzunehmen, das ist natürlich schon eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist ja nicht nur die drei Spiele. Ich meine, wenn du dir mal die Formtabelle der letzten sieben Spiele anguckst, haben wir sechs gewonnen, eins verloren. Also es ist halt auch eine geile Bilanz. Wir stehen da auf Platz zwei oder drei, nur Bundesliga, ja. Ja. Ich glaube, dann hatten wir beide unentschieden gespielt, ne? Genau. Euroleague. Ja. Also Platz zwei in der Formtabelle, nur die Bayern waren besser, die halt einfach alles gewinnen, aber das ist halt so. Da hat man sich ja quasi schon dran gewöhnt. Also die Eintracht schon im Vergleich zu, wenn du überlegst, wie die Saison begonnen hat, mit erst unnötig Punkte liegen lassen in Form von Spielen verloren oder ewig lange unentschieden Serie. Wie oft haben wir eins zu eins gespielt? Sechs, sieben Mal? Ähm, grauenvoll. Da ja die wichtigen Spiele liegen lassen, sind wir jetzt gerade so in den letzten Spielen, in den letzten sieben Spielen haben wir eine extrem geile Kurve nach oben gemacht. Ja, klar, sonst würdest du auch nicht am Ende jetzt auf Platz sechs stehen, ne? Das ist schon fast so ein bisschen schade, dass jetzt Winterpause kommt, oder? Wie seht ihr das? Ich glaub, die muss dringend her. Wenn du dir allein mal anguckst, was die Jungs gerannt sind, ne? Also auch gerade, ähm, Jibril Sow, wie viele Kilometer der Spiel für Spiel einfach schrubbt. Deswegen glaub ich, ist das, äh, eine sehr, sehr, also ich glaub, die haben sich richtig geil in die Pause gekämpft. Aber wenn jetzt einfach noch zwei, drei Spiele gestanden hätten, weiß ich auch nicht. Ich glaub, da war auch einfach so das Ziel vor Augen, ne? So, hier das Spiel nochmal alles geben und dann ist fertig. Mhm. Dann ist ein bisschen Urlaub. Und ich glaub, das ist jetzt auch wichtig. Und ich glaub nicht, dass das den, den Einbruch jetzt irgendwie bedeutet, weil das war, ja, alles so auch gefestigt, ne? Und so eine gute Moral immer wieder an den Tag gelegt mit den späten Toren und mit dem Kampfeswillen und so. Also eigentlich von der Einstellung her ist alles tipptopp. Da gibt's überhaupt nichts zu meckern und deswegen hab ich auch null Sorge, dass das irgendwie jetzt zu einem Einbruch führt, weil die Pause zur Unzeit kommt. Sondern eher froh, dass die Pause da ist, damit jeder von denen mal durchschnaufen kann, mal ein bisschen Luft holen kann, sich mal ausruhen kann. Ja, seh ich auch so. Also ich glaub auch, dass das sogar zum richtigen Zeitpunkt kommt. Also du gehst mit einem richtig guten Gefühl in diese Pause, also sowohl als Fan als auch als Trainer, Mannschaft. Ich glaub, alle sind zufrieden einfach mit den, mit den vergangenen Leistungen, mit der, mit der Entwicklung, die auch jetzt über die Hinrunde hinweg da vonstatten gegangen ist. Und ja, die Spieler, also die meisten Spieler zumindest, die Stammspieler sind wahrscheinlich auch mit sich selbst zufrieden, weil ich hab da jetzt wenige Spieler, wo ich sag, oh okay, ja, der ist jetzt gerade in der Formkrise. Also die sind irgendwie alle ziemlich gut drauf. Und ich glaub, das hilft dann einfach nur, du weißt, du kannst mit dir zufrieden sein, du hast die Ziele eigentlich erreicht, die jetzt gesetzt wurden die letzten Wochen. Also ich geh jetzt mal davon aus, dass man sich das Ziel gesetzt hat, sich da unten rauszukämpfen aus, ja, aus dem Tabellenkeller hat man geschafft. Man steht jetzt auf Platz sechs, deswegen, das ist einfach, ja, mit einem sehr, sehr guten Gefühl, plus die Pause kommt, glaube ich, gut, einfach um sich zu regenerieren, mental und körperlich. Und dann geht's ja eigentlich auch bald schon wieder weiter mit dem Training. Also so lange Pause ist ja gar nicht. Und dann hat man aber wenigstens mal alle Spieler beisammen. Also es ist nicht jetzt so eine Länderspielpause, sondern es ist so eine Pausepause, wo wirklich mal die Mannschaft wieder zusammenkommt und der Trainer irgendwie alle beisammen hat und sich jetzt auf die Rückrunde einstellen kann. Und ich glaub, das kann nur helfen, vor allem an dem Punkt, wo die Mannschaft gerade steht. Also ich glaub auch nicht, dass das irgendwie schadet oder dass man da jetzt groß sich Gedanken machen muss, ob man jetzt nach der Pause weiterhin so stark performen wird, weil ich glaube schon. Also ich glaub, man ist da auf einem guten Weg und dass die Pause sogar hilfreich sein könnte, weil letztendlich hätte man jetzt noch zwei, drei Wochen weitergespielt, wer weiß, vielleicht hätte man dann mal wieder ein Spiel verloren und man merkt, die sind ein bisschen schlapp und es hat ja doch Körner gekostet. Und dann ist die Schwung eben nicht mehr so gut und ich glaub, so auf dem Hoch jetzt mal eine kurze Pause einlegen, das ist perfekt. Also bisher hätte es nicht kommen können. Zwei Sachen so dazu. Also zum einen haben wir ja auch eine relativ lange Zeit, bevor die Doppelbelastung wieder losgeht und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, also ich will nicht sagen, ich bin froh, dass wir aus dem Pokal raus sind. So weit würde ich nicht gehen, aber eigentlich ist es schon auch cool, dass wir bis März einfach immer nur Bundesliga-Spieler haben. Also ich glaub, das ist gut. Und dann aber auch nochmal, was du eben gesagt hast, dass die ganzen Spieler so zufrieden sind. Ich glaub, da sind schon einige dabei, die nicht zufrieden sind, beziehungsweise die nicht zufrieden sein können. Also ein Hauge zum Beispiel hatte am Anfang ein bisschen Vorschusslorbeeren, hat seine Chance nicht genutzt, ist eigentlich aus der Startformation raus und auch nicht mehr erster Einwechselspieler. Ein Sam Lammers kommt hierher als Stürmer, der in Bergamo nicht so das erfüllen konnte, was man sich von ihm versprochen hat. Und schafft es hier, von ersten Spiele gesetzt zu sein, auf einmal der Stürmer auf der Tribüne hinter Pacencia und Ache zu sein. Also ich glaub, da ist schon der ein oder andere oder auch Ilsan Kahn. Also mit dem Tag, wo er aus Leipzig kam, ging es für ihn bei der Eintracht eigentlich stetig bergab. Am Anfang hat er noch relativ häufig gespielt, wurde dann immer weniger und mittlerweile ist sein Platz fast kaum noch die Bank, sondern eher auch die Tribüne. Weiß auch nicht, wie zufrieden ihn das macht. Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie das dann auch intern vom Trainer und so weiter dann auch begleitet wird. Ich meine, es gibt ja ganz offensichtlich auch faktische Gründe, dass die anderen halt einfach gerade besser dran sind. Was aber ja nicht unbedingt heißen muss, dass der Spieler jetzt per Definition unzufrieden ist. Also meiner Meinung nach müssen die unzufrieden sein. Also das ist gerade bei einem Hauge, der so ein bisschen seine Laufbahn noch vor sich hat, der kann nicht zufrieden in die Winterpause gehen. Bedeutet nicht, dass ich denke, dass es Stinkstiefel sind oder dass die jetzt irgendwie rumbobbern in der Mannschaft. Das glaube ich nicht. Aber dass die nicht zufrieden sein können und kann ja auch in etwas Positives umschlagen. Also aus einer Unzufriedenheit kann ja auch eine Leistungsexplosion kommen. Ja, genau. Ich hatte glaube ich gesagt oder ich wollte es zumindest sagen, die Stammspieler zumindest, bis auf, da würde ich jetzt vielleicht sogar Hinti ein bisschen ausklammern. Der hat das ja jetzt ein bisschen schwer mit seiner Verletzung und da muss er da wieder zurück. Und dann hat ja Tutor quasi irgendwie seinen Platz gehabt. Dann hat er jetzt gelb-rot und ist jetzt dadurch wieder reingerückt, aber auf eine Position, die ihm ja eigentlich gar nicht so liegt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie zufrieden er jetzt ist mit der Hinrunde auch, weil es einfach für ihn persönlich auch nicht so gut gelaufen ist. Aber ansonsten, die Stammspieler hätte ich jetzt so quasi jetzt mal als zufriedenen Kreis genommen, zumindest ein Groß dieser Spieler. Aber klar, da gibt es Spieler, die jetzt wahrscheinlich auch nicht so zufrieden sind, auch ein Rustic vielleicht, der ist maximal ein Einwechselspieler, wenn überhaupt. Der hat da ja auch so ein bisschen den Kampf verloren im Mittelfeld, obwohl er ja anfangs noch ein paar mehr Einsätze hatte. Also klar gibt es bestimmt Spieler, die unzufrieden sind, aber wenn ich das jetzt so auf die Kernmannschaft beschränke, dann glaube ich schon, dass die meisten mit einem relativ guten Gefühl in die Pause gehen. Mit welchem Gefühl geht ihr denn in die Pause? Ich bin glückselig. Ich gehe mit voll dem guten Gefühl. Also die neun Punkte jetzt nochmal zum Schluss, das ist ein Bomben-Ding. Was ich total feiere, ist diese Jahrestabelle. Habt ihr die gesehen? Ja. Ja, also obergeil. Unemotional, ja. Ja, ich habe mir tatsächlich angeguckt für einen Fußball 2000 Post, also ja. Er hat dritter Platz, nur sechs Punkte hinterm zweiten, aber ganze elf Punkte vor dem vierten. Und der vierte ist RB Leipzig. Also wenn mich jemand hätte die Tabelle einfach ohne zu gucken runterschreiben lassen sollen, hätte ich das auch, glaube ich, nicht vermutet. Und das ist einfach so ein gutes Gefühl, mit dem das Jahr 2021, was das Fußballerische angeht, endet nach all den Widrigkeiten, die wir hatten. Also wer hätte denn gedacht, nachdem Hütter weg, Bobic weg, Silver weg, das war ja schon eher wieder so ein Runterzieh-Moment. Und wir müssen wieder von vorne anfangen. Gut, Grösche war, ja, hatte ich nicht so negativ gesehen. Glasner war ich total skeptisch, ob das irgendwie funktionieren kann. Und jetzt ist der Zug so richtig ins Rollen gekommen. Also ich, ja, finde kaum Worte für meine Freude. Was bei der Jahrestabelle auch auffällt, wir sind die Mannschaft mit den zweitwenigsten Niederlagen. Nur die Bayern haben weniger Spiele verloren, fünf und wir acht und dann kommen danach Bochum bis jetzt mit neun, ja. Apropos Bayern. Ja. Wer ist das einzige Team, gegen das die Bayern in 21 nicht gewinnen konnten und immer verloren haben? So, also auch das muss man sich halt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Ja. Ja. Ach so, für denjenigen, der sich immer noch gefragt hat, es ist die Eintracht. Das war jetzt irgendwie nicht so schwierig zu erraten, aber danke, dass du es trotzdem nochmal aufgelöst hast. Ja, ist schon geil. Ich glaube, man muss es nochmal so hervorheben, weil das kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon halt richtig geil, wenn man auch bedenkt, man hatte ja noch diese Hütter-Endphase mit drin, wo es einfach überhaupt nicht gut lief und eigentlich die Stimmung auch komplett am Boden war. Und dann siehst du jetzt diese Zahlen, die dir sagen, trotz allem ist das Jahr 2021 richtig, richtig erfolgreich für diesen Verein gewesen. Und das macht dann schon glücklich. Also ich gehe auch komplett zufrieden in die Winterpause. Also ich bin zufrieden mit dem Trainer, mit der Mannschaft. Wir haben da echt Spieler drin, die mir richtig, richtig gut gefallen. Auch mit der Entwicklung auf dem Platz, also was sich da fußballerisch jetzt so anbahnt, also jetzt auch das 1-0 gegen Mainz zum Beispiel, das Tor ist wieder durch die Mitte gefallen. Es war keine Flanke von außen, von Kostic auf irgendwen, der da gerade mal in der Mitte rumturnt, was nicht schlecht ist, wenn das mal passiert. Aber man sieht ja, es ist eine Weiterentwicklung da. Und ja, auch was man für Spieler in der Mannschaft hat, die vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren hätte man sich vier Jahren, keine Ahnung, also denkt mal zurück, wir sind jetzt in 2021, aber wo waren wir 2016 und was ist seitdem alles passiert? Und ja, wenn ich das sehe, macht mich das schon sehr, sehr zufrieden. Und vor allem nach diesem holprigen Start, wo man vielleicht dann so ein bisschen Zweifel bekommen hat oder ja zumindest unzufrieden war, dann sieht man ja, dass es sich auszahlt, mal zu sagen, okay, die brauchen Zeit, da muss sich was entwickeln und es wird auch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eigentlich relativ ruhig war, die ganze Hinrunde, weil ich mir immer noch eingeredet habe, so ja, ein bisschen Geduld braucht man schon und es hat sich ja im Endeffekt ausgezahlt, sich nicht zu früh aufzuregen. Ja, also insgesamt sehr zufrieden jetzt nach dieser Hinrunde, vor allem eben nach den letzten Spielen, aber auch wie sich das alles entwickelt hat, das ist schon schön zu sehen. Ja, vor allen Dingen ist die Eintracht auch keine Eintragsfliege mehr. Also es gibt ja immer so diese eine Mannschaft, die es irgendwie jedes Jahr schafft, sich oben reinzuspielen. Das ist mal Mainz, mal Freiburg, dann spielen die europäisch, dann verschwinden sie wieder in der Versenkung. Denn die Eintracht ist aber nicht mehr diese Mannschaft, die es ausnahmsweise mal schafft, sondern die Tendenz ist halt schon sehr stark in die Richtung, dass wenn wir weiter so arbeiten, wir ein Bestandteil des oberen Teils sind. Ja, man kann tatsächlich nicht mehr sagen, dass es ein Überraschungsteam ist, weil ist es eine wirkliche Überraschung, dass die Eintracht da mitmischt? Eigentlich nicht, vielleicht, wenn man bedenkt, was das für Umbrüche waren, jede Saison aufs Neue und vor allem jetzt, wo ja nicht nur der Trainer gegangen ist, sondern auch der Vorstand und Teile der Mannschaft, dass man da immer wieder so Umbrüche zu bewältigen hat. Das ist schon eine starke Leistung, dass man dann relativ konstante Leistungen bringt. Aber so wirklich überraschend ist es nicht, wenn die Eintracht da oben auftaucht, also vor allem nicht auf Platz sechs oder so. Also das sind so Sachen, klar, das sind vielleicht sehr, sehr hohe Ansprüche und ich würde das, glaube ich, auch, ich hätte das auch vor der Saison gar nicht ausgerufen. Ich glaube, vor der Saison hätte ich gesagt, sage ich immer noch, wenn es irgendwie letztendlich doch Platz acht bis zwölf wird, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man bedenkt, was da alles passiert ist. Und solange die Entwicklung weiter nach oben geht, auch auf dem Platz und so weiter und so fort, ist das für mich in Ordnung, vor allem, weil es eine Umbruchssaison ist. Aber so wirklich überraschend ist es dann trotzdem nicht, wenn die Eintracht dann gut performt, weil wir jetzt, wie Alex gesagt hat, stetig eine Weiterentwicklung gesehen haben über die Jahre hinweg. Und das ist auch schon, ja, dass wir das jetzt sagen können, hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht. Ne, vor ein paar Jahren habe ich noch in Fürth auf der Bierzeltkernitur, auf der Auswärtstribüne gesessen. Fürth kannst du jetzt auch auf der Auswärtstribüne sitzen, aber gut. In einer anderen Liga waren wir da. Nein, aber das habt ihr doch super gesagt und genau, Patrizia, du sagst es auch nochmal genau das ganz Wichtige. Warum waren wir denn alle so ruhig? Weil niemand den Anspruch haben konnte, nachdem hier alles einmal rumgekrempelt wurde. Die anderen zum Big City Club und was weiß ich. Oh, der nächste Schritt, Gladbach. Das ist natürlich was, was jetzt auch eine gewisse Genugtuung ist. René, wenn du fragst, wie gehst du raus aus dieser Hinrunde, muss ich sagen, ich hatte Angst zwischenzeitlich, dass wir hier tatsächlich Riesenprobleme haben, selbst dieses Ziel Achter bis Zwölfter zu erreichen, weil doch ein Riesenumbruch drin war und die Mannschaft teilweise so nicht performt hat oder auch einfach ihre Chancen nicht gemacht hatte. Da ging dann schon so ein bisschen Unruhe rein. Auf der anderen Seite, was wir jetzt am Ende geholt haben, auch noch an Punkten, jetzt bin ich super zufrieden, du siehst es am Ende, wir stehen, wie viele Punkte, weiß ich jetzt nicht genau, sechs Punkte vor der Hertha. Wir stehen im Endeffekt acht Punkte vor Gladbach, wo Trainer und Vorstand hingewechselt sind, weil sie viel Größeres anstreben, weil sie sagen, ich muss den nächsten Entwicklungsschritt machen. Da muss man eigentlich sagen, man sieht trotz dieser ganzen Widrigkeiten, die Eintracht hat es geschafft, hier tatsächlich sich wieder irgendwie oben rein zu schwurbeln auf Platz sechs nach der Hinrunde. Hätte ich nie gedacht, tatsächlich in der Zwischenbilanz nach, was weiß ich, zehn Spieltagen, oh, da lief es ja wirklich teilweise etwas verquer. Da hat man sich nur noch auf die Europa League gefreut, so ungefähr. Nein, aber deshalb umso schöner, umso besser. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Spieler, die auf dem Platz sind, sind ja mittlerweile richtige Fanlieblinge. Die haben sich ja schon teilweise Kultstatus jetzt schon erspielt. Es ging gerade darum, welchen Spieler würdest du dir jetzt aufs Trikot drucken lassen, wenn du dir jetzt ein neues Trikot kaufst. Da bleiben schon, das ist nicht mehr so, dass du sagst, naja, es ist auf jeden Fall 100 Prozent Hinti, nur Hinti, Hinti, Hinti. Nein, da gibt es jetzt Spieler wie, willst du nicht mal ein Jakic aufs Trikot nehmen? Sau geiler Typ, geile Saison gespielt, geile Kante. Lindström, der hier richtig geil performt. Das sind So, der jetzt auch mal bestätigt hat. Jeder hat gesagt, schafft es ein So, da so eine zweite Saison nochmal zu spielen oder endlich das zu bestätigen? Ja, hat er geschafft. Er hat wirklich nochmal einen weiteren Schritt gemacht. Also du merkst, gefällt mir total gut. Es sind diese wichtigen Weiterentwicklungen, die Patrizia auch schon angesprochen hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch das Konstrukt Eintracht Frankfurt funktioniert tatsächlich mit einmal umgekrempeltem Personal nach einer gewissen Zeit auch wieder ähnlich gut. Und das gefällt mir einfach. Und das heißt, da müssen Strukturen geschaffen worden sein, die auch so Umbrüche jetzt nicht komplett ins Wackeln gebracht haben. Das ist schön. Das freut mich einfach. Das hattet ihr zwischenzeitlich gesagt zu Vorstand und so weiter gewechselt, neuer Trainer, neuer Sportvorstand. Wenn ihr jetzt mal, fangen wir mal mit unserem Cheftrainer an. Die Hinrunde von Oliver Glasner mit einer Schulnote bewerten müsstet. Welche Note würdet ihr ihm denn, nein andersrum gefragt, welche Note hättet ihr ihm erwartet, dass er bekommt und welche Note würdet ihr ihm jetzt geben? Man weiß das ja immer so, man hat immer irgendwie einen, wo man sagt, der fällt mindestens mal durch. Was wäre denn so eure Erwartung gewesen und was würdet ihr ihm jetzt für eine Note geben? Patrizia, fang du doch mal an. Es ist schwer. Also ich glaube, ich würde ihm eine 2 geben jetzt, einfach weil er das schon wirklich gut gemanagt hat. Der hat sein Team gefunden, der hat neue Elemente ins Team gebracht, das Team weiterentwickelt und letztendlich Platz 6 und was sind es, 27 Punkte auf dem Zettel stehen. Also damit bin ich vollkommen zufrieden, vollkommen im Soll. Dass es keine 1 geworden ist, ist glaube ich einfach dem Anfang geschuldet, dass das ein bisschen holprig war. Irgendwie, das kann man ihm vielleicht gar nicht vorwerfen, ich weiß es nicht. Man musste sich noch finden, das Team musste sich finden, er musste seine Spieler finden und seine Philosophie irgendwie vermitteln. Das braucht Zeit, aber ja, keine Ahnung, eine 1 wäre es gewesen, wenn es wirklich von Anfang an top funktioniert hätte. Das konnte man wahrscheinlich gar nicht erwarten. Letztendlich waren das vielleicht ein paar Unentschieden zu viel, die mir ein paar Nerven gekostet haben. Von daher dieser Abzug, aber ansonsten bin ich komplett zufrieden. Und als er verkündet wurde, waren ja sehr viele gar nicht mal so begeistert. Bei mir war es eigentlich in Ordnung. Also ich war noch dieses Team, ich finde es gar nicht so schlimm, auch dass es erst so wirkte, als wäre es gar nicht so ein emotionaler Typ und so weiter und so fort. Ich finde, das hat sich auch noch mal so ein bisschen geändert, seit man ihn jetzt hier erlebt hat. Aber ich habe von Anfang an gedacht, okay, es ist sicherlich ein guter Trainer. Ob es dann zum Verein passt, wird man sehen, aber die Chance möchte ich ihm geben. Und ich war eigentlich relativ zufrieden mit der Verpflichtung, von daher hatte ich ihm eigentlich auch einiges zugetraut. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich auch so eine 2 oder 2 Minus erwartet. Also ich hatte eigentlich schon auch hohe Erwartungen an ihn, einfach weil man auch gesehen hat, was er aus Wolfsburg rausgeholt hat, was er da geleistet hat. Klar, mit einem anderen Budget, mit einem anderen Kader, aber ich habe es ihm auch zugetraut, bei der Eintracht erfolgreich zu sein. Deswegen glaube ich, ist er eigentlich, hat er meine Erwartungen erfüllt bisher und ja, 2, 2 Minus hatte ich erwartet und 2 würde ich ihm jetzt auch geben. Alex, wie sieht es bei dir aus? Meine Schere geht da deutlicher auseinander. Ich war gar kein Freund bei der Verkündung, dass er kommt. Für mich war er nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht greifbar. Er hat für kein Konzept irgendwie gestanden. Ich wusste nicht, was seine Idee ist, dass er hier mit der Eintracht vorhat. Dieses ganze Wechsel-Hickhack hat mich glaube ich noch zusätzlich mit Mürbe gemacht, deswegen hätte ich ihm da vielleicht wohlwollend eine 4 gegeben. An Tagen, wo ich ein bisschen aufgebrachter war, vielleicht auch eine 5. Ich würde ihm jetzt eine glatte 2 geben. Also hat auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und hat aber echt einen Top-Job gemacht. Gibt es kaum was zu meckern. Ja, hatte die Möglichkeit in der Rückrunde sich auch nochmal auf die 1 zu verbessern. Dennis, wie sieht es mit dir aus? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ihn auch vor Schusslorbeeren, der heißt er glaube ich, gegeben gehabt in Wolfsburg schon, weil er einfach für diese Entwicklung stand. Jetzt ist aber ein Problem, was ich habe und auch mit der Benotung in dieser Saison ist, ich weiß immer noch nicht, für was ein Glasner-Fußball genau steht. Es funktioniert jetzt, ja, das sehe ich. Ich sehe auch, dass die Mannschaft performt, ich sehe auch, dass sich einzelne Spieler mega entwickelt haben, dass ein Lindström wirklich zum Leistungsträger sich entwickelt hat. Dass das System einfach jetzt funktioniert, aber was ist eigentlich das System, Glasner? Das kann ich immer, das ist fürchterlich, dass ich immer noch nicht sagen kann, das ist jetzt der Hurra-Fußball-Angriff, Pressing ab der, ich sage mal, ab der ersten Reihe Sturm. Das ist es ja eigentlich nicht. Es ist auch kein, wir lassen nur über die Flügel spielen, wir spielen auch nicht nur lange Bälle. Was machen wir eigentlich? Es ist ein Gesamtkonstrukt, es ist, finde ich, ein sehr stabiles, sehr ausgewogenes Spiel, was wir sehen. Ich weiß gar nicht, wer es von euch vorhin gesagt hat, wir können mittlerweile über die Außen, wir können einen schönen Steckpass über die Mitte spielen, wir können sogar diese langen Pässe, auch wenn du überlegst, Rode spielt dann so einen Pass, der vorher ewig gar nicht so richtig in der Mannschaft drin war. Also, du merkst, das ist schon, das muss eine riesige Weiterentwicklung sein, die ich gar nicht so genau beziffern kann, warum das jetzt so funktioniert. Aber dementsprechend hat ein Glasner auf jeden Fall auch, zumindest wenn man den zweiten Teil der Hinrunde betrachtet, eine 2 auf jeden Fall verdient. Ich muss aber trotzdem sagen, ich bin eher im Moment trotzdem noch bei einer 3, weil ich einfach sage, für mich, ich kann noch nicht greifen, warum dieses System funktioniert, wie es funktioniert. Was ist der Glasner-Fußball oder ist es vielleicht auch einfach, dass die Spieler am Anfang in einem gewissen Tief oder noch aus dem Formtief waren, kommen jetzt langsam rein, der gar nicht viel coachen muss. Dann tue ich ihm vielleicht, ja, ich kann es im Moment tatsächlich nicht sagen. Dementsprechend ist er bei mir so zwischen 2 und 3 ist er jetzt angekommen. Mit den Erwartungen habe ich ihn auch aus Wolfsburg erwartet, dementsprechend eigentlich das erfüllt. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch noch mal fragen, was kann eigentlich der Trainer aus diesem Kader machen, denn das muss man noch mal umso höher bewerten, was Glasner hier gemacht hat. Denn der Kader hat ja offensichtliche Lücken, über die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Wo ist der Stürmer oder wo sind die Stürmer, die vorne knipsen? Das fehlt einfach, das hat er super kompensiert. Also da muss man nochmal einen Sonderlob natürlich an der Stelle aussprechen. Also ich finde, man sieht da schon eine Handschrift. Sie kommt immer mehr durch, ja. Genau, du hast eben nicht dieses extrem hohe Pressen, dieses permanente Anlaufen, frühe Unterdruckssätzen, sondern ich glaube, was ihn auszeichnet und was das ist, was er sehen will, ist tatsächlich auch ein bisschen Ballbesitz, Fußball, Passspiel. Das ist bei ein paar Toren ist das ganz gut rausgekommen. Das sind halt auch diese klassischen Übungen mit diesen Steil-Klatsch-Passagen. Also du hast ja das eine Tor in Leverkusen auch entstanden. Das sind Standardspielzüge, die du in jedem Training bis bei uns in die Kreisliga machst. Aber das auf den Platz zu bringen, das ist zum Beispiel auch nichts, was du in einem Hütterfußball gesehen hast. Und ich glaube, eine der Punkte, die den Glasner mit reinbringt, ist eine viel bessere Ausgeglichenheit zwischen Offensive und Defensive. Dadurch, dass wir nicht vorne anlaufen, wie die Blöden am 16er stören, versuchen da den Ball zu erobern und mit der gesamten Mannschaft nach vorne zu schieben. Sondern es wird auch oftmals ein bisschen im Mittelfeld mehr agiert, den Gegner ein bisschen kommen lassen, um dafür stabil in der Defensive zu stehen und nicht so weite Wege nach hinten zu haben. Klar funktioniert das noch nicht alles, aber ich glaube, das siehst du gerade extrem gut, wenn du dir Gladbach anguckst. Weil die nämlich genau das Problem haben, was auch die Eintracht im letzten Jahr bei Hütter hatte. Also extrem viele Gegentore. Und das ist halt genau der Gegenentwurf zu dem, wofür in meinen Augen ein Glasner steht. Also, dass du halt mit dem Ball was machen willst, dass du dich spielerisch befreien willst, dass du Spielzüge drin haben willst, die nicht darauf ausgelegt sind, wie es eigentlich Leipzig so ein bisschen in die Bundesliga getragen hat. Und vorne drauf gehen, pressen wie blöd, um möglichst am Fünfer oder Sechzehner den Ball schon zu erobern, um ihn nur noch ins Tor schieben zu müssen. Ich glaube, er bringt da ein bisschen eine andere Philosophie mit. Und es geht weg von diesem brutalen Lauf-Fight hin zu mehr Ballbesitz, Spielformation und das Spielerische wieder hervorheben. Ja, alles, was du sagst. Also, da kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Plus, Dennis, du hattest ja noch gesagt, ja, es ist nicht mehr dieses, keine Ahnung, man kommt über die Flügel oder man spielt mit der Art von Attacke irgendwie. Ich glaube, genau das macht es auch aus, dass da eben viel mehr Variabilität im Spiel ist, auch bei der Eintracht. Und das ist ja auch, was wir eigentlich alle gefordert hatten, dieses weg von diesem Kostic flankt. Und wir sind jetzt komplett abhängig davon, dass Kostic eine gute Flanke bringt und irgendjemand im Sturm, die zu verwerten weiß oder meinetwegen Innenverteidiger eine Ecke von Kostic verwandelt. Und davon kommen wir jetzt immer mehr weg und das finde ich gut. Also, das hat ja auch Glasner bei seinem Antritt, glaube ich, gesagt, dass er mehr Variabilität auch vor allem in den Angriff bei der Eintracht bringen will, weil das einfach zu ausrechenbar ist und man da ja eigentlich wirklich gar nicht viel, ja, viel mitgebracht hat. Es war halt einfach dieses Überfallartige, was uns ja auch ganz gut gefallen hat. Ich möchte das jetzt gar nicht kleinreden. Also, ich habe die letzten Jahre auch gerne der Eintracht zugeschaut, auch unter Hütter, weil das eben unterhaltsam war und begeisternd. Aber es war tatsächlich relativ eindimensional dann letztendlich, vor allem, wenn du halt keine Flügelzange hast, sondern wirklich nur die linke Seite. Und das ist, finde ich, unter Glasner auch viel besser geworden. Also, das Mittelfeld ist viel, viel wichtiger geworden, wie Alex gesagt hat, auch mehr Ballbesitz. Aber auch, man sieht jetzt auch, was Spieler wie Sow für eine Rolle spielen zum Beispiel. Das ist ja ein Mittelfeldspieler, der auch seine, ja, offensiven Fähigkeiten hat und der wächst da ja auch immer mehr rein. Und was der nochmal für einen Schritt gemacht hat, das auch, ja, würde ich auch zum Teil dem Glasner-Fußball zuschreiben, weil das einfach gut zu ihm passt und die Mittelfeldspieler, die zentralen Mittelfeldspieler auch mehr an Wichtigkeit gewinnen. Und, ja, genau wie Glasner auch meinte, Kamada ist so ein Spielertyp, der ihm sehr, sehr gut gefällt, was einfach wie die Faust aufs Auge passt, weil das eben auch so ein, ja, spielintelligenter Spieler ist, der auch technisch was am Ball kann und eben dieses Passspiel auch beherrscht. Und das sieht man ja jetzt immer mehr und, ja, gefällt mir ganz gut und ich bin auch sehr gespannt, wo das noch hinführt, weil das war ja jetzt, wir haben jetzt ein halbes Jahr gesehen, also da kommt ja wahrscheinlich noch was und es kommen auch noch Transferperioden, also das darf man auch nicht vergessen. Und, ja, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt, weil ich finde, man sieht jetzt auch schon, was Glasner für eine Idee hat und es zeigt sich Woche für Woche immer mehr auf dem Platz. Bin ich voll bei euch, ja. Welche Not würde dir denn unserem Sportverstand, dem Herrn Krösche, geben? Jetzt ist es natürlich da ein bisschen schwieriger, sehe ich ein, weil du ja weniger die Spiele, sondern eigentlich mehr die Transferphasen bewerten musstest und da hatten wir ja nur eine. Trotzdem, wenn ihr eine Note vergeben müsstet, welche wäre das? Jetzt darf mal die Frau Alex anfangen. Boah, das ist eine sauschwere Frage. Ja, leichte Fragen gibt es ja nicht. Ich würde mit einer 3 reingehen, aber einzig und allein dessen geschuldet, dass ich finde, dass er nicht viel falsch gemacht hat, mir aber auch nicht das Herausragende einfällt, was er so richtig gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie hoch sein Anteil an der Trainerverpflichtung war. Ich glaube, viele der Transfers gehen einfach auf den Ben Manga zurück. Mir ist er in der Außendarstellung sehr wenig präsent. Ja, von daher ist es für mich momentan noch so ein bisschen schwer einzuschätzen, zumal ich sowieso nicht mehr weiß, wie herausragend oder wie exponiert diese Position wirklich ist, weil ich da wieder den Blick nach Berlin richte, mir angucke, was Bobic da macht. Und wenn das seine Leistung zeigt, dann hat er nicht viel bei der Eintracht wohl gemacht. Ja, von daher ist es ganz schwer für mich, das irgendwie sachlich zu beurteilen. Also sehr neutrale Meinung dazu. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr nach draußen tut. Da ist er sehr, sehr zurückhaltend. Dennis, welche Note gibst du? Ich würde dich eigentlich da bitten, die Winterperiode, Transferperiode da abzuwarten, weil ich finde, daran zeigt sich jetzt, was er wirklich macht. Aktuell muss man sagen, da schließe ich mich der Alex Vollung ganz an. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie die Spiele, was da, wie viel sein Anteil war. Er kam ja auch relativ spät, oder? Wie war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der kam kurz vor Trainer. Kurz vor Trainer, ja. Also ich denke mal schon, dass da schon viel auskam. Ja, aber er stand hier schon relativ lange auch schon fest. Ja, also wie gesagt, ich kann es tatsächlich auch da ganz schwer einschätzen, will ihm auch da nicht irgendwas Übles einreden, dass er sagt, oh, da hätte er aber der Kader, wir wissen es alle, dass der Kader so eigentlich nicht passt, wie er ist. Die rechte Seite ist falsch besetzt, der Sturm ist falsch besetzt. Wir haben auf der Doppel 6, könnte sicherlich noch der ein oder andere jetzt, da kam ja Jakic zum Glück noch, aber auch da war sicherlich noch Potenzial. Also ich muss sagen, mit dem kompletten Kader an sich können wir eigentlich nicht zufrieden sein. Und das geht nun mal mit auf seine Kappe. Also so zwischen 3 und 4 würde ich sagen, hat er sich verdient. Mehr dazu gerne, nachdem er im Winter Sturm-Top-Transfer geleistet hat und vielleicht noch, ja, vielleicht noch den ein oder anderen verkaufen kann. Vielleicht noch ein bisschen Gehalt freischaufeln kann, dass wir vielleicht auf der rechten Seite nochmal nachlegen können. Keine Ahnung, aber das würde mir gefallen, ist im Winter natürlich sehr unwahrscheinlich. Wobei ich nicht weiß, inwieweit wir da dann eine andere Bewertung ziehen können, weil zumindest wurde er ja im Rahmen des Mainz-Spiels auch, wenn ich das so richtig gelesen und verstanden habe, zu dem Thema auch befragt. Und da war seine Aussage relativ deutlich. Wir sind zufrieden mit dem Kader, wir haben heute schon einen sehr breiten Kader und wir sehen jetzt eigentlich keinen Bedarf an Winter-Transfers. Ja, aber das ist ja, dann muss ich sagen, wir müssen ja eigentlich eine 6 bekommen, weil für so eine Aussage, das passt ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer es vorhin gesagt hat, natürlich kann man jetzt sagen, ach, die Eintracht, die gleicht das ja wunderbar aus, dass wir keinen Stürmer haben vorne. Das ist aber doch, also wer da in die Rückrunde geht, ich weiß auch nicht, wie die Ansprüche sind. Ich sehe das so, wenn du hier 27 Punkte Platz 6 bist und die anderen auch viele da straucheln, auch vorne vor dir jetzt noch Hoffenheim und Freiburg und Leverkusen steht, Leipzig jetzt doch auch schon 5 Punkte Rückstand hat, Gladbach auf einer guten Distanz, also hast du hier Riesenchancen, da oben dich wieder reinzusetzen. Und da muss man einfach sagen, in meinen Augen geht nichts darum, dass wir alles versuchen und der Winter-Transfer ist immer schwierig, das wissen wir alle, alles versuchen hier uns punktuell noch zu verbessern, insbesondere auf der Sturmposition. Da finde ich nicht, dass man hier sagen kann, der Kader ist so fertig und das ist ja perfekt und das ist ja alles super und wir haben hier alles schon besetzt. Und der Kader ist vielleicht zu breit, aber meine Güter müssen eben Abgänge noch versucht werden zu Mann, um eben ein bisschen Platz zu schaffen. Also sehe ich anders und wenn so eine Aussage ist, dass er sagt, das ist alles Tutti und wir sind super und wir brauchen hier gar nichts zu machen, das zeigt mir eher, dass meine Bewertung dann fast mit einer 3 viel zu freundlich wäre. Aber gut, schauen wir mal. Weiß man halt auch nicht, in wie viel das auch Kalkül ist, weil Hellmann hat sich ähnlich ins Heimspiel gesetzt und hat gesagt, ja, Winter-Transfer so schwierig, wir machen nichts mehr, weil geht ja auch so. Also ich meine, wenn du dir als Verein offensiv hinsetzt und sagst, wir müssen im Winter auf jeden Fall einen Stürmer holen, da würde ich als abgebender Verein auch sagen, kitching, okay, bitte werfen Sie hier ein. Das ist halt ein Standardspruch und vor allem auch irgendwie, ja, du stellst dich ja nicht hin und sagst, nachdem du eigentlich eine gute Hinrunde letztendlich gespielt hast, ich bin mit der Mannschaft irgendwie nicht zufrieden, mit dem Kader nicht zufrieden, das machst du, glaube ich, einfach nicht. Und du begibst dich auch wirklich in keine gute Verhandlungsposition, vor allem nicht im Winter. Wie wir jetzt schon gesagt haben, das ist ja generell nochmal schwieriger als im Sommer. Von daher würde ich das jetzt, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Also ich glaube schon, dass das auch intern bekannt ist, was noch die Schwachstellen im Kader sind. Das ist nicht nur der Sturm, das ist auch die rechte Seite und eventuell sogar ein defensives Mittelfeld. Also so eine Sechser-Position, das sind alles Baustellen, da kann man überall ansetzen und den Kader weiter verbessern. Aber ich glaube, das ist, also ich würde mich wundern, wenn das intern nicht auf dem Schirm stehen würde. Ich glaube, man wägt da eher ab, was ist jetzt möglich, was ist jetzt im Winter schon möglich, was ist erst im Sommer möglich, was ist finanziell möglich und ja, auch wie wird man andere Spieler vielleicht los. Also man muss ja auch selbst irgendwie Abgänge verzeichnen und auch das ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, vor allem im Winter nicht, aber ja, du musst ja die Spieler auch erstmal an andere Vereine bringen und dann schauen, was sich dadurch noch eröffnet. Ich glaube, man schaut da, man tastet sich da so ran, man hat bestimmt auch schon Spieler im Blick. Vielleicht hat man auch schon Vereine kontaktiert, wer weiß. Also da wird im Hintergrund sicherlich gearbeitet. Ich glaube einfach, man lässt sich da jetzt aktuell nicht so viel in die Karten schauen, was auch vollkommen verständlich ist. Wahrscheinlich müssen wir sogar zufrieden sein mit dem Personal, was wir haben, dass wir keine großen Abgänge dann noch irgendwie jetzt im Winter, also für Leistungsträger, sag ich jetzt mal, verzeichnen müssen. Denn leider haben ja alle heute mitbekommen, Geisterspiele dann wieder ab 28. Also da gehen ja auch wieder ordentlich Gelder flöten. Ja, wobei, du, ich glaube, dass so 15.000 Zuschauer im Stadion jetzt auch nicht wirtschaftlich waren. Also du hast zwar im Zweifelsfall weniger Verlust gemacht, aber du wirst damit jetzt auch kein Geld eingenommen haben. Naja, was der Hellmann ja gesagt hat, war, dass, was die Eintracht über die Zeit gerettet hat, die Business Seeds waren. Und bei Geisterspielen fallen auch die weg. Also er sagt, die Einnahmen durch die normalen Karten, da ist es eigentlich fast egal, ob es deine 15.000 oder deine 10.000 oder was auch immer sind. Aber die Business Seeds Fans waren eigentlich die Treueren, die auch, wann immer möglich, in der vollen Auslastung gekommen sind. Und da hast du halt einen ganz anderen Preis pro Ticket. Und ich glaube, das tut dann am Ende, da tun am Ende die paar hundert Business Joes mehr weh, als die, die paar, die an den Rängen sitzen dürfen. Ja, das stimmt. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass ja auch, wenn du so eine Loge gemietet hast, was irgendwie dann da die Vertragsverhältnisse oder irgendwas sind, könnte vielleicht auch noch so ein Thema sein. Ja, stimmt. Okay, den Punkt hatte ich natürlich nicht so ganz auf dem Schirm. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Thema, dass man finanziell das jetzt berücksichtigen kann, zumal man ja auch nicht weiß, so habe ich das zumindest vorhin gelesen, wie lange dieser Zustand gilt. Also man kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie, das betrifft jetzt erstmal nur die Spiele bis, weiß ich nicht, Ende Februar, Ende März oder irgendwas. Das ist ja erstmal ohne Enddatum quasi gesetzt. Das macht es dann natürlich auch für so eine Kalkulation dann auch schwierig. Umso wichtiger wäre einfach auch aus meiner Sicht dann den Kader an den Stellen, wo man einen gewissen Überhang hat, wo man vielleicht Spieler hat, die Geld binden oder wo man jetzt noch irgendwie eine Transfersumme irgendwie erzielen kann, die als erstes halt irgendwie da nach vorne zu stellen. Dann werden wir mal wieder bei dem Thema da Kosta. Unter anderem. Ja, hoffentlich klappt das mit Yunus jetzt mal. Das ist ja so ein Ding, die binden halt alle unglaublich viel Geld und dementsprechend kann man da auch den Verantwortlichen gar nicht böse sein, dass da jetzt nicht das Mega-Risiko nochmal zusätzlich gehen wollen. Der Kader, ja, er hat ein gewisses Profil und eine gewisse Stärke auch. Jetzt sind natürlich dann so Situationen dabei. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass es ein sogenanntes Winter-Transferverbot für Ache gab. Da muss ich jetzt wieder sagen, wenn ich natürlich hier sehe, dass du dann mit Ache, der, ich mag den ja und er ist auch wirklich, er hat sicherlich Potenzial, aber in dem Spiel jetzt, in dem er wieder eingesetzt wurde, ein bisschen Spielzeit bekommen hat, ja einfach doch einen gewissen Unsicherheitsfaktor auch vorne reinbringt. Vielleicht braucht er mehr Spielpraxis, weiß ich nicht, aber ihm fehlt momentan die Geschwindigkeit, ihm fehlt die Abgeklärtheit, den Ball zu halten etc. Das sehe ich momentan bei ihm leider nicht. Dementsprechend gehen da natürlich schon so ein bisschen die Alarmglocken an, wenn sowas, ob das dann natürlich stimmt oder nicht, kann ich nicht, weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte. Die Quelle war aber eigentlich relativ seriös, dass man sagen muss, ja, das ist schon was. Arbeitest du jetzt tatsächlich mit dem Personal schon fest im Kopf weiter, weil du einfach sagst, Hauptsache uns verlässt nicht noch Spieler und wer weiß, wie es bei den anderen Vereinen ist. Wir haben ja zum Glück, ist ja nicht nur die Eintracht der einzige Verein, der hier jetzt diese Situation hat, sondern andere Klubs haben auch ordentliche Einnahmen, Rückgänge bei den Einnahmen und können sicherlich und sind vielleicht auch froh, wenn sie den ein oder anderen Spieler verkaufen können, noch für gutes Geld. Manche Verträge laufen eben auch im Sommer dann aus. Das heißt, du willst jetzt nochmal Geld machen im Winter. Ja, kann schon sein, dass das uns auch wieder in die Karten spielt. Ich finde es super schwierig, aber mit der Bewertung von Grösche, man muss wirklich sagen, das ist ja eh alles unter Vorbehalt, weil Corona ist einfach, das bringt alles durcheinander. Ja. Aber noch eine andere Frage, wer war denn jetzt mal nur auf die Hinrunde bezogen für euch der Gewinner, wenn man mal so in den Kader und auf die Spieler guckt, wer wäre quasi euer Mann auf der Halbjahr? Ja, das wären bei mir zwei unterschiedliche Antworten. Also der Gewinner der Hinrunde ist für mich ganz klar Lindström, weil der die größte Steigerung hingelegt hat. Okay. Mein Mann auf der Hinrunde wäre aber Jibril Sow. Also ich finde, der hat mittlerweile eine herausragende Stellung. Ist ein bisschen so ein bisschen das Hirn im Mittelfeld, also ja, das wäre mein Mann. Dann die ultimative Frage, wer kommt aufs Trikot hinten drauf? Ich dachte eigentlich, ihr fragt jetzt, was ist denn mit Philipp Kostic? Aber Kostic ist einfach schon so eine runtergenudelte Antwort. Also den kannst du halt auf jede Frage übernehmen. Da haben wir ja auch schon drei Trikots. Genau. Wer aufs Trikot kommen würde, gibt zwei Möglichkeiten. Und ich überlege eigentlich nur, bei wem die Chancen größer sind, dass er nicht geht. Und die zwei Möglichkeiten oder die zwei Optionen sind Sow und ein Dika. Das wären meine zwei Trikots. Aber ich glaube, beide sind dauerhaft schwer zu halten. Patricia, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe da ein Problem, weil ich schon wieder im Kopf, als Alex schon ihre Antwort gegeben hat, die halbe Mannschaft aufgezählt hat. Und ich bin ein sehr schlechter Mensch, was Entscheidungen angeht. Ich kann das nicht so gut. Ja, musst du jetzt aber. Von daher, ich versuche das auch mal so ein bisschen aufzuteilen, damit ich zumindest zwei Antworten easy geben kann. Wie sich alle rausreden. Lindström ist bei mir genauso wie bei Alex der Gewinner. Nicht nur, weil ich sowieso ein großer Fan von Lindström bin, aber auch aus den genannten Gründen. Und Mann der Hinrunde schwanke ich zwischen, wobei bei Gewinner hätte ich auch noch einen Platz zwei und das wäre Jakic. Der ist auch gekommen und eigentlich relativ schnell eingeschlagen, sogar früher eingeschlagen als Lindström. Von daher in Klammern dahinter. Und bei Mann of the Hinrunde, oder was war das, bin ich auch bei So oder Indica oder Trapp. Du musst dich für einen entscheiden. Say one name. Okay, also So wurde jetzt schon genannt, deswegen, ne. Ich kann, ne, ich sag Indica und ich hab dann aber noch eine Klammer dahinter und das ist Trapp, weil ich hab auch bei Lindström Jakic in Klammern dahinter. Und ihr müsst das akzeptieren. Weil, also ich finde, ich möchte Trapp auf gar keinen Fall, dass er untergeht, weil der hat echt einige Spiele gerettet und er spielt, ja, seit er wieder aus der Nationalmannschaft, glaube ich, einmal nicht mitnominiert wurde. Seitdem hat der mal eine richtig krasse Leistungssteigerung hingelegt und ist extrem gut in Form. Also ich weiß nicht, wie oft ich mich hier in diesem Podcast schon bei Kevin Trapp bedankt hab, nach diversen Spielen. Deswegen Kevin Trapp, aber Indica ist einfach, also ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, was das für ein Spieler ist. Nicht nur in der Verteidigung, auch wenn er manchmal da vorne rumspringt und dann einfach diese Präsenz, die er mitbringt. Kompletter Boss-Move irgendwie, jedes Mal auf dem Feld. Also ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Spieler und ich bin jetzt schon traurig, wenn er uns verlässt, was wahrscheinlich sehr bald sein wird. Und deswegen Indica auch Mann auf der Hinrunde. So hat ja zum Glück schon von Alex die Lorbeeren bekommen. Dennis? Puh, okay. Ja, ihr habt schon viele sehr guten Namen genannt. Ich bin tatsächlich, ich muss sagen, wer würde, ich fange mal so an, wer würde auf mein Trikot hinten drauf kommen? Das wäre für mich tatsächlich mal ein Soul-Trikot. Aus den besagten Gründen super überragende Leistung gezeigt. Nicht nur, dass er jetzt passen und entsprechend schöne Vorlagen geben kann. Nein, auch gerade das Tor gegen hilft mir. Das Tor ist 30 Metern so ungefähr. Wer war das? Wo war das denn gegen? Leverkusen war das schon? Leverkusen oben in den Winkel, wobei ich glaube, da steht es jetzt immer in den Winkel, ne? Also perfekt, geil, finde ich super, gefällt mir prima, habe ich auch noch nicht. Wenn ich kein Trikot von der Person, die ich jetzt als jemanden nenne, der für mich wieder überragend war in dieser Hinrunde und auch definitiv den Titel Man auf der Hinrunde verdient hat, ist und bleibt für mich Kostic. Es ist einfach jemand, der immer wieder da angelaufen ist. Es war ja jetzt schon wieder mit neun, sind es nicht, oder sogar wenn du die Wettbewerbs übergreifend siehst, waren es glaube ich neun Torvorlagen und drei Tore. Davon auch wichtige Dinge, der einfach Spieler zieht. Da brauchen wir, wie ich glaube, zu Kostic brauche ich gar nicht groß auszuführen, warum ich ihn hier nenne. Ich muss einfach sagen, es ist nochmal ein ganz wichtiges Ding. Alles, was ihr gesagt habt, völlig korrekt, aber ich will ja auch nicht wieder das wiederholen. Ihr habt völlig recht mit Jakic, ihr habt völlig recht mit Lindström, geniale Entwicklungen kommen hier in ein neues Umfeld, müssen zeigen. Trapp, Wahnsinn, meine Güte, was hat der uns Bälle gehalten, wo viele ja schon gesagt haben, Trapp muss dringend weg, der ist zu teuer. Warum spart die Eintracht nicht als erstes mal Geld beim Torwart? Weil es gibt viele gute Torwerte, die die Hälfte kosten, ist sicherlich richtig, aber es gibt nur einen Kevin Trapp, den haben wir, der auch hier gezeigt hat, dass er wirklich wichtig ist für die Mannschaft und sehr viele Punkte festgehalten hat. Also bin ich voll bei euch, trotzdem, es bleibt für mich Kostic und da muss man wirklich sagen, freue ich mich, dass er noch Vertrag hat jetzt für die zwei Jahre und wir hoffentlich dann noch viel Freude an ihm haben. Mein Gewinner ist, so, weil ich auch glaube, dass das Spielsystem ihm ja dann doch auch so ein ganzes Stück hilft und beim Man of the Hinrunde wäre ich auch definitiv bei Indica, der einfach weiterhin immens wichtig ist und auch einfach sehr stabil und konstant, was seine Leistung angeht und der würde auch bei mir auf das Trikot kommen, weil ich ähnlich wie Patrizia an der Stelle so ein bisschen die Befürchtung habe, dass diese Saison eine der letzten ist, wo man die Chance hat, ihn problemlos auf dieses Trikot draufdrucken oder flocken lassen zu können. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr dann doch sehr schwierig werden. Das war einfach die Befürchtung, die ich an dieser Stelle mithabe. Ja, vielleicht noch ganz kurz das Gegenstück. Wer wäre denn für euch dann der Verlierer? Und hier müsst ihr wirklich nur einen Verlierer nennen und auch keine Namen in Klammern und mh, sondern... Ja, das ist eine einfache Frage. Who has lost? Lamas. Oh, okay. Lamas. Da wird nicht lang rumgelamastiert. Entschuldigung. Also, ja, also das ist Captain Obvious. Ja, Patrizia, für dich auch Captain Obvious, Lamas? Ja, also leider schon. Sagen wir mal, wenn jetzt jeder nur eine Antwort nennen dürfte, die nicht genannt wurde... Nein, 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 das war nicht die Regel. Okay, aber ich finde auch Barcock so ein bisschen. Also, weil eigentlich hatte der so einen... Der hat immer diese Momente und diese... Vor allem zum Saisonstart wird der immer mal wieder rausgekramt und spielt und macht dann mal ein Spiel und man denkt sich, ach ja, sieht doch ganz gut aus. Aber er spielt auch absolut gar keine Rolle mehr. Also, den würde ich da vielleicht auch nennen, aber alles in allem Lamas. Also, ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Leider, das tut mir schon fast leid, weil das auch schon richtig, richtig bitter ist. Aber, ja. Dennis? Ja, also, es ist so, definitiv. Ich habe wirklich mir was erwartet von ihm. Und jedes Mal, wenn er eingesetzt wurde oder... Das ist leider ein Missverständnis einfach zwischen der Eintracht und Lamas momentan. Kann sich natürlich noch ändern. Vielleicht braucht er jetzt mal die zwei Wochen mit der Mannschaft zusammen. Und am Ende brauchen wir keinen neuen Stürmer, weil wir haben ja Lamas. Nein, das würde mich für ihn freuen. Er bringt ja eigentlich relativ viel mit. Er konnte das aber ja noch gar nicht zeigen. Also, was ich hier gesehen habe bis jetzt, ist wirklich jemand, den ich aktuell nicht aufs Trikot nehmen würde. Das ist definitiv Lamas, ja. Ich glaube, an dem Tag hat Ben Manga Urlaub gehabt. Man weiß es nicht, ja. Ja, also, ich würde mich dem an... Für dich? Ich schließe mich dem an, ist auch Lamas. Und wir haben alle, glaube ich, sehr viel Erwartung in den Reihen gesteckt und gedacht, okay, jetzt haben wir endlich da hier jemanden vorne für den Sturm. Und wir waren in den letzten Jahren gut da dran, so Spieler, die woanders keine Rolle mehr gespielt haben, gut zu integrieren, ihnen eine Möglichkeit zu geben. Sie haben viel zurückgegeben. Und ich glaube tatsächlich, Dennis, du hast es schon gesagt, dass momentan ein gewisses Missverständnis ist, was ja nicht heißen muss, dass es nicht noch irgendwie geht. Er hätte ja theoretisch noch eine zweite Halbserie, aber momentan sind halt einfach viele vor ihm. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, er sitzt halt dann quasi nicht mal mehr auf der Bank zum Teil. Also, schwierig. Ein bisschen eine Negativ-Berraschung, um das wie die Patrizia mal zu machen, das ist natürlich nicht mein absoluter No-Go-Man, sondern einfach negativ überrascht, weil er für stabile, immer stabile Leistungen für mich stand, ist Hinti gewesen in der Runde. War natürlich auch mit den Verletzungen und so weiter, aber trotzdem, wo ich gesagt habe, das gibt es doch nicht, so ein absoluter Haltepunkt. Also Hasebe genauso, auch in manchen Situationen, normalerweise der absolut abgeklärte alte Fuchs, da ist der an Fehlern reingebaut hat. Ist auch einfach an individuellen Fehlern, die uns am Anfang vielleicht auch den einen oder anderen Punkt dann gekostet haben, da merkst du einfach, das ist was, sehr gerne abstellen, diese individuellen Fehler, noch mehr an ihre Leistungsgrenzen kommen. Und wenn Hinti dann da hinten auch wieder auftritt und was wir da vorne dann für eine Kopfball-gefährliche, ja, auch bei Standards haben mit Endika und Hinti und gerne auch ein Tutor, die dann da vorne die Kopfbälle nach Flanken oder nach Ecken reinmachen, gerne. Also wie gesagt, Hinti würde ich mir einfach wünschen, dass er doch nochmal ein bisschen mehr an seine alte Form rankommt, weil da, das ist wirklich was, das tut mir leid für ihn, weil er eigentlich immer dafür stand, ja, dass er wirklich hier 100% gibt und so richtig an die 100% ist er, zumindest in den Spielen jetzt nicht rankommen. Ja gut, aber vielleicht auch wirklich durch die Verletzung, ich würde ihn da noch nicht komplett irgendwie rausrechnen. Nein, 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 auf keinen Fall. Gut, das war's dann so ein bisschen mit unserer Hinrunden-Bilanz. Die Mannschaft geht jetzt in eine kurze Pause, die nicht allzu lange ist, die geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nur bis jetzt irgendwie nach den Weihnachtsfeiertagen und dann geht ja Training schon wieder los und dann beginnt ja auch bald das Transferfenster und dann ist ja auch am ersten großen Januar-Wochenende geht die Bundesliga schon wieder los. 7. Januar, die ersten Spiele und daher werden wir jetzt nicht ewig lange auf Fußball verzichten müssen. Aber vielleicht noch ganz kurz die Frage in die Runde, habt ihr noch Empfehlungen zum Jahresende? Nee. Nee. Da habe ich tatsächlich nichts. Du hast nichts. Nee, ich auch nicht. Patrizia empfiegt auch nichts. Nein, 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 nein. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Wir möchten uns nochmal ganz, ganz herzlich bei allen da draußen bedanken, die uns in diesem Jahr unterstützt haben. Wir wünschen euch jetzt wunderbar angenehme Weihnachtsfeiertage. Genießt soweit möglich das Fest. Kommt ein bisschen zur Ruhe, habt ein paar schöne freie Tage, feiert mit den Familien. Ich denke mal, wir werden auch eine kleine Pause gehen, werden uns aber relativ zeitnah zum Beginn der Rückrunde bzw. zum Beginn der Rückrundenvorbereitung wieder melden. Und vielleicht können wir uns dann schon über Transfers unterhalten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Abgang. Und ansonsten gucken wir auf die Spiele, die da kommen und sprechen vielleicht so ein bisschen dann auch über die Erwartungshaltung von uns in der zweiten Halbserie Champions League, Europa League, Conference League, was auch immer. Vielleicht ist da das eine oder andere möglich. Wir wünschen euch schöne Tage. Macht's gut und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.